1860 empfängt den FC St. Pauli die Löwen in der Anfangsviertelstunde den Tick konzentrierter. 13. Spielminute, Superpass von Göktan. Es heißt 1 zu 0 für den TSV, die Salvo mit seinem fünften Saisontor. Die Hausherren mit Treffer Nummer 2, Minute 28, durch Berkant Göktan, sein drittes Saisontor. Beide Teams mit offenem Visier, die 33. Minute, einstudierte Variante. Marvin Braun mit dem Freistoßhammer. Nur noch 2 zu 1, tolles Tor von Marvin Braun. Abschnitt 2 mit der größten Chance für die Gäste. Die Löwen bekommen den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Ludwig aus dem Hinterhalt, die Latte rettet für die Löwen. 60 St. Pauli 2 zu 1.